Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Wusstet ihr, dass ich euch wirklich alles über die selbst hergestellte Hefe erzähle? Heute verrate ich euch, wie ihr auch ohne Hefewasser backen könnt. Denn ganz häufig, wenn ich euch ein neues Rezept mit meiner selbst hergestellten Hefe zeige, erhalte ich danach folgende Fragen. Ich habe noch kein Hefewasser. Wie viel Hefe oder Trockenhefe kann ich nehmen? Oder, ich habe nur Lievitomadre da. Wie backe ich es damit? Oder aber auch, ich habe nur Sauerteig. Wie funktioniert das damit? Und heute geht es genau um die Beantwortung dieser Fragen. Also, lasst uns direkt loslegen. Die meisten Rezepte, die mit Hefewasser zubereitet werden, können auch mit Hefe, Trockenhefe, Lievitomadre oder auch Sauerteig hergestellt werden. Ich kann euch aber wirklich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht habt, Hefe selber zu machen. Es ist nicht nur gesünder, sondern auch bekömmlicher und das Gebäck bekommt hiermit noch einmal einen besseren Geschmack. Wenn ihr mehr hierüber erfahren möchtet, dem verlinke ich die passende Playlist am Ende des Videos beziehungsweise auch nochmal unten in der Beschreibung. Und auch mit Sauerteig ist es möglich, mein Gebäck herzustellen. Das geht jedoch nur bei Brot, Brötchen und Baguette. Für Kuchen würde ich dies tatsächlich nicht nehmen. In allen anderen Fällen solltet ihr allerdings darauf achten, wenn euer Sauerteig noch nicht so triebkräftig ist, dass ihr diesen zusammen mit etwas Hefewasser, Hefe oder Trockenhefe verwendet. Aber wie ersetzt ihr jetzt das Hefewasser? Habt ihr flüssigen Sauerteig? Könnt ihr es 1 zu 1 ersetzen? Ist euer Sauerteig ein festerer mit der Konsistenz von Waffelteig, dann nehmt ihr am besten 10 bis 30 Prozent von der Mehlmenge. Also bei einem Rezept mit 500 Gramm Mehl nehmt ihr dann 100 bis 150 Gramm Sauerteig und bei einem Kilogramm Mehl entsprechend 150 bis 300 Gramm. Einen Hefewürfel oder die Trockenhefe gebt ihr einfach hinzu. Das Hefewasser ersetzt ihr dann einfach mit Wasser. Wenn ihr jetzt aber nur Lievito Madre zur Hand habt, also die italienische Variante des Sauerteiges, der ja viel milder ist und nicht so säuerlich, dann könnt ihr das auch als Ersatz für Hefewasser verwenden. Ihr könnt es so machen, dass ihr das Hefewasser durch Wasser ersetzt. Handelt es sich um ein weiches Gebäck, nehmt ihr stattdessen Milch. Ihr könnt hier 50 bis 100 Gramm Lievito Madre auf 500 Gramm Mehl verwenden, die einfach dann zusätzlich zum Rezept mit hinzugeben. Was ist aber, wenn ihr weder Sauerteig noch Lievito Madre habt oder auch vielleicht verwenden möchtet? Das ist wirklich ganz einfach. Das Hefewasser könnt ihr wieder durch Wasser oder Milch ersetzen. Und wenn ihr ein Rezept habt mit beispielsweise 100 Milliliter Hefewasser, könnt ihr stattdessen 20 Gramm frische Hefe oder eine Packung Trockenhefe verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps weiterhelfen und ihr könnt nun auch ohne Hefewasser tolles Gebäck backen. Allerdings besser und gesünder ist es mit der selbst hergestellten Hefe. Wie das ganz einfach geht, findet ihr zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal Emma backt und habt ihr Lust auf mehr bekommen? Dann folgt mir, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma Also, liebe Grüße, ich weiß nicht. Vielen Dank.